Ei, hopp. Eine Milchkuh. Oh, meine Schatzkiste, da gehen wir noch hin. Hm, um mir ganz wenig Aufwand zu machen, hol ich das Team hier. Diesen Kampf gerade irgendwie gerade nicht. Schauf gerade auf die Uhr. 44 Stunden, krass. Das ist doch schön. Bumm. Der sich bewegt so robotermäßig. Wie so eine Sprungfeder, die zurückschlägt. Ich drei davon im Team hätte, perfekt. Würde ich nicht meckern. So, mal schauen, was hier in der Kiste ist. 59 Gold ist interessant. Sonst vereint ist nichts mehr zu sein. Okay. Genau, Männer, kommt der her. Okay, wir sind das hinterher. Brutzel. Oh, ich kriege da Flächenangriffe. Auf jeden Fall ja nicht so, dass nicht jeder hier gemobbt wird. So einfach. Finde ich schön. Und unkompliziert. Da ist mein... mein Schiff. Welchen ist das denn vor uns? Die ist das. Okay. Dann gehe ich mal noch kurz da hinten in. Einer Nacht sind wir uns eh ein bisschen stärker. Team? Nö. Dann nehmen wir die, sind bevorzugt, dann machen wir vielleicht einen Wumm. Mit Angelo machen wir einen Saumus auf die. Oh, schon zwei Besicht. Dann haben wir noch ein Besicht. Das ist nicht geklappt, aber die sind auch schon mal down. Kein Problem. Standardangriffe. Die halten doch viel aus. Näää. Zweimal angreifen, ja sicher. Du hast jetzt auch bitte sterben, weil du zweimal angegriffen hast. Dankeschön, Monsieur. Und Käse ist fertig. Scharfer Käse. So war das jetzt noch einmal. War es zweimal, ne? Dann war es noch so. Äh. Ich hab hinten nur scharfen Käse, okay. Dann packen wir den. Den blauen Schimmel zusammen. Ah, da fehlt mir noch ein blauer. Ja, dann soll er den erstmal durchbrutzeln. Kann man immer noch ins Lager reinschmeißen. Näää. Husch. Wie kommen wir den Ding mal hier an? Perfekt umschauen. Äh, gehen wir weiter. Ein Stückchen noch. Ich würde sagen, dass wir hier noch kurz andecken. Eine Katze. Tom ist was. Ähm, Frage. Ist okay. Bam. Okay, kombinieren kann sich jetzt schon mal nicht. Der Lee. Der Gall. Der Hall. Der ins Gesicht wird gestampft. Überleg mal, die kriegt man auch als Einzelne. Also als komplette Gruppe. Und hat man sie im Team. Das heißt, man hätte eigentlich sechs Mobs. Oder sechs Monster. Da oben war doch... Habt ihr hier was gesehen? Ah, so eine Schleckkatze. Ja gut, will ich mir den Kampf nicht enden? Ein Todestiger. Ach, du arzt es nicht. Du süßes Tier. Du bist ein Todestiger. Na sicher. Und ich bin der Papst. Hier nimmst du eine Schwächung. Das ist eine Megastärkung. Das war's. Das ist doch nichts. Das ist doch noch eine Kupfermünze. Okay, aber schwach hier. Ah, ne Truhe. Ich sehe sie. Abgeschlossen. Da war nicht für uns. Eisenmaske. Verjagen. Hopp. Hopp. Ich wollte mich doch rollen. Da hab ich keinen Bock drauf. Kein Bock drauf. Schauen wir mal, ob wir noch ein Stückchen auf anderen Inseln kommen. Also eine Mieze können wir nicht angreifen. Ja. Gib mir auch einen Keks. Sau ab. Ich will nicht. Ich will nicht. Aua. Hab ich nicht gerade gesagt? Ich will nicht. Willst du mich veräppeln? Ich will nicht. Hab ich gesagt. Danke. Von dir sieht die gar nicht schlecht. Hast du hier eine Insel? Das haben wir jetzt mal hinter was. Ich würde jetzt noch eine neue Stadt interessieren. Aber hier ist ja eigentlich nur... Nur Insel. Da war gar ein bisschen Strand oder sowas. Hau ab. Ich kann auf dem eigenen Boot fliehen. Ja. Jo, okay. Sag ich jetzt mal nichts, ne? Haben wir irgendwas hier? Ne, da sehe ich nichts. Da hinten ist irgendein Fels. Stanne. Ich hab jetzt nicht genau hingeguckt. Hallo, Männer. Sind wir stehen hier? So. Jessicas Fähigkeit in den Stab. Bumm, wir machen es mal so aus. Nicht betroffen? Na, schade. Stirb da halt. Ey, du Sau. Hilf nicht mit deinen Steinen hier rum. Hat dir keiner gesagt, dass du das machen sollst. Räumt deinen Dreck auf. Da ist... Sieht aus wie eine Kirche. Ja. Hier ist ein Zaun. Pling hat's gemacht. Pling ist... Pling ist nicht der Alchemienkessel. Pling ist das. Einen kühlen Käse. So, jetzt ist es nochmal... Transferieren. Danke. Transferieren. Danke. Und transferieren. Danke. So. Ist das nicht die Insel von... Hier mit der Venus-Tropfe? Elst von El... Von Elster? Na sicher. Hier ist schon die Rote Elster. Mein Gott. Ja, gut. Ich sag, porten wir uns. Pocken uns in die Teleportation. Gehen wir noch zum Kirchermeer? Da kann ich ja schlafen und safen. Nun will ich jetzt kurz Schluss machen und vielleicht noch eventuell 1, 2... Ja, 1, 2 Level nicht trainieren. 1,5 oder so. Können wir ja schauen, wie viel Weissagung wir noch dann übrig haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sonnenschein. Ich brauche eine Weissagung. Okay, 10.000 noch. Also fast 11. 11, okay. 10, 3. 8, okay. Okay, okay. Ne, ich will nicht nochmal. Dann tun wir halt speichern. Ja, natürlich, der Herr. Auf Schmierburg-Kart 1. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein kleines Training. Ein bisschen bla 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 und ein bisschen blie bla blub. Und würde sagen, bis dahin, euer Flash-Utap. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.